Hallo, liebes Alpha-Team. Ganz, ganz, ganz liebe Grüße an alle Mitglieder, an alle Freunde, an alle Nicht-Freunde. Ich mache das mal ein bisschen kürzer heute, die ganze Geschichte. Wir haben wieder eine schöne News. Das heißt, zu meiner Linken, an meiner Herzseite ist mir mittlerweile als Herz gewachsen, das ist unsere Jana. Jana ist jetzt 18 Jahre alt, ist mit Sicherheit eine der besten kleinen Boxerinnen, die wir hier haben und Jana wird jetzt in Zukunft die Kinderbox-Abteilung überlegen. Das heißt, da lernt man wirklich vom Peak an, Schrittschule, Führhandschritt, also richtig die Basis. Und Jana hat für ihre 18 Jahre nicht nur, dass sie selber eine sehr gute Sportlerin ist. Auch eine Engelsgeduld und liebt Kinder. Wer konnte es ahnen, als Frau. Jana, sag mal deinen ganzen Namen, stell dich mal vor, sag mal hey. Hallo. Ja, also, ich bin Jana, ich bin jetzt hier seit vier Jahren, hab bei Heiko Boxen angefangen, bin dann zu ihm gekommen und seitdem, ja, trainieren wir hier fleißig und jetzt halt die Kinder dann bald. Freust du dich auf die Kinder? Ja. Das ist, wenn du überlegst, sie ist jetzt 18, äh, im Box schon vier Jahre, das heißt, das Mädel ist mit 14 angefangen und macht durch keine Sorgen. Die schaut sich noch nicht, dass man sprechen mit den Großen, ne? Aber, wie gesagt, jetzt entdeckt hast du die Kinder, sag ich mal, du hattest echt ein Händchen für und äh, die Kinderkurse, die Kinder Kickbox-Box-Kurse, die finden dann statt montags um, was ist das? 17 bis 18 Uhr. 17 bis 18 Uhr, genau. Und am Mittwoch um 17 bis 18 Uhr, ne? Aber, naja, wir werden euch da noch ein bisschen auf dem Laufenden halten. In naher Zukunft werde ich natürlich jetzt nicht mehr einen jeden einzelnen Trainer vorstellen, das ist auch immer so eine Plappe von meiner Seite. Deswegen, äh, ja, wir werden noch ein bisschen aus Action, das können die alle alleine. Und Jana, ihr werdet da auch noch in Action sehen, ne? Ja. Okay, super, bis bald, ciao. Bis bald.